hallo freunde und willkommen in diesem video geht es um nicht weniger als unser geliebtes android smartphone das mit der zeit leider immer langsamer wird was ja auch mehr oder weniger normal ist und zwar will ich euch eine möglichkeit zeigen unser smartphone etwas zu beschleunigen bzw das betriebssystem nicht das smartphone selbst dazu müssen wir auf das developer options menü zugreifen das finden wir hier unter einstellungen hier menü einstellungen und wenn wir ganz unten scrollen haben wir hier entwickler optionen allerdings ja das ist ein feature das zwar bei jedem android smartphone mit dabei ist muss aber erst mal aktiviert werden ja oder sichtbar gemacht werden werden das euch jetzt hier fällt ja diese entwickler option das könnt ihr ganz einfach aktivieren indem ihr hier auf telefoninfo geht und dann auf software informationen und hier haben wir genau bildnummer hier einfach drei viermal darauf tippen ja zack 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 und schon bei mir kommt jetzt die meldung dass es nicht nötig ist das schon aktiviert ist bei euch wenn das noch nicht aktiviert ist kommt dann eben die meldung dass es aktiviert wurde und wenn wir jetzt wieder zurückgehen schon könnt ihr dann hier dieses menü finden ja wie viele optionen und wenn wir jetzt hier rein gehen da haben wir die möglichkeit hier beziehungsweise oder ja unter anderem die animationen etwas zu oder ja auch komplett zu deaktivieren wenn ihr das nicht braucht wenn ich das jetzt hier finde berührung anzeigen also hier haben wir jeder menge genau da ist das ja und zwar habe ich hier die drei optionen hier ja windows animations große übergangs animations große und animator dauer skala ja die drei optionen hier wenn wir darauf tippen ich glaube ich bin jetzt mehr gar nicht mehr so sicher bei mir ist es ausgeschaltet ich denke dass standard einstellung müsste hier 1,5 oder 1 vielleicht so was um den dreher ihr könnt das bei euch vielleicht hier das minimum wenn ihr ein bisschen animation da braucht ja auf 0,5 stellen hier ich brauchst gar nicht eigentlich deswegen habe ich bei mir komplett deaktiviert ja genau das machen wir hier über übergangs animations große auf 0,5 kleinste wert halt oder eben aus wenn ihr das nicht braucht und hier animator dauer skala ist in meinem fall auch ausgeschaltet weil ich das nicht brauche ja ihr könnt euch hier auf 0,5 kleinsten wert vielleicht umstellen und testen und nun vielleicht ein neustart und dann also ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert und ich habe ich war wirklich angenehm überrascht ich bilde mir an dass es doch ich habe cns 7 jahren android betriebssystem keine ahnung das würden android 8 oder was jedenfalls war ich wie gesagt wirklich angenehm überrascht wird das bilde mir doch ein dass es wirklich um einiges schneller ist also wenn ich jetzt mich hier durchs menü bewege haltung wie und deswegen ja wollte ich das weitergeben vielleicht hilft das dem einem oder anderen einfach mal testen ihr könnt ja in die kommentare schreiben ob es bei euch geholfen hat oder nicht und ja das war es auch schon alles abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich auch sehr wenn es euch gefallen hat natürlich danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal